Es ist scheiße kalt. Ja, sehr kalt. Man sieht das ja auch an unsere Jacken, die wir anhaben. Normalerweise müssen wir zur Pule mit so aufhaben. Aber wir haben einen besonderen Tag heute. Wir haben nämlich die FC Schalke 04 Basketballer hier wieder bei uns zum zweiten Mal. Zum dritten Mal zum Mannschaftsfoto. Und der Starrfotograf und der das Ganze auch drumherum alles so mit fast managt und managt, das ist der Alexander. Hi. Alexander, wir haben uns immer mal kennengelernt. Du warst mal ab und zu hier und dann ist die Liebe entstanden. Da ist eine ganz große Liebe entstanden. Das ist gewachsen. Das ist sehr gut. Wir profitieren gegenseitig und kümmern uns umeinander, dass der eine den anderen fördert. So soll es sein. Genau, finde ich total klasse. Und vor allen Dingen dann kam letzte Woche eigentlich schon spontan, wir müssen ein neues Mannschaftsbild machen, weil ein neuer Spieler, neuer Trainer. Und ja, ist leider dann ausgefallen wegen einem Erkrankten bei der Truppe. Aber der ist jetzt wieder fit. Und heute haben wir die Heizung angemacht, damit die Jungs auch dann da wirklich fit bleiben und dann jetzt Punkte machen in den nächsten Spielen. Genau. Und vielen Dank nochmal, dass wir hier sein dürfen. Ja, sowieso. Wir werden gleich gucken, was wir noch eventuell anfangen an Aufnahmen. Und dann machen wir ein schönes Video für euch. Also Glück auf. Glück auf. Ja, viel Erfolg gleich bei der Arbeit. Danke. Danke. Sehe Hugo Schachsfeier ist cool. Okay, danke sehr. No problem. Das ist fertig. Ready? Sehe Hugo Schachsfeier. Das ist mein Tourist-Museum in Finnland-Zuppe. Okay. Danke. Drummer 23! Same shoes. Ein bisschen näher rankommen. JJ, du gehst ein bisschen rüber. JJ, du gehst ein bisschen rüber, bitte. Ja, danke. Okay. Alex, Pat, du gehst ein bisschen näher ran, bitte. Hier. Hier. Schaut hier. Imbé, langweilig, langweilig. 5-합니다.